so hallöchen herzlich willkommen ich grüße dich herzlich willkommen zurück zu 418 mit dem 1.11 nürnberg und wir haben kommen die lassen wir mal alle trainieren die jungs grüne da geht was da geht was da geht was martin natürlich da kommen wir mal ballkontrolle und ihnen verteidige lukas mühl das wie ich mal schaut so sehr schön es ist ja gerade zwölf und der wieder zeit der club beziehungsweise erste spiel ist bayern gegen hoffenheim erster spiel das weiß ich aber allerdings noch nicht wie in der club spiel also jetzt wissen wir es natürlich wenn die folge rauskommt hannover leck mich fett hannover da müssen wir heute gewinnen da müssen heute drei punkte her so damals war abgestellte spieler gratuliere pressekonferenz wir motivieren die jungs so heimspielzeit gegen habe ich gesagt hannover 96 wir lassen also jetzt habe ich eine nachricht kriegt bundeslicher spielplan veröffentlicht jetzt pass auf vom kicker kicker app der club auswärts bei der hertha der club auswärts gehe ich ja die hertha zweiter spiel doch wochen jetzt sehe ich nix finde ich nix schau mal am 34 spiel doch ob wir da was haben der öffnet die app nicht also die app öffnet er schon zweiter spiel doch haben wir auch noch nix erstes spiel doch da haben wir es dortmund daheim gegen leipzig erstes spiel doch ok schalke in wolfsburg glattbach-leverkusen gleicher krache so düsseldorf da haben wir ja auch spruch ist eigentlich auch machen ist eigentlich auch machbar hätte man es so mehr habe ich jetzt hier tatsächlich noch nicht jeden fall der club gegen die auf geht's meine auf geht's packen wir es scheiße beobacht akosta ei 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 der fehlt natürlich jetzt hinten alter wird sie mich verarschen vorsicht vorsicht drüber jetzt ist maria erst mal hinten gut stehen der krieg dann auf die fliege noch sehr schön ja 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 dann haut er doch sein fletscher raus er ist die gute möglichkeit auch jetzt für den ersten fc nürnberg dreht die ecke rein der 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 abgefälscht, gibt EG. Klar, der pflückt ihn so runter, der pflückt ihn so runter, klar. Alles klar. Sehr schön. Ja! Ja! Boah, wäre das was. Acosta sauber. Das war ein leider Ding hier. Was ist mit Dortmund? Man weiß es nicht. Ja, 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 ja. Abschiekskrimi hier in Nürnberg. Seidenwechsel. Bakers. Wie gut die Bakers? Kannst du? Ja, 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 ja. García Díaz. Flanke. Caramba, caramba. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, die Bälle kommen alle gleich wieder zurück, ey. Boah, meine Fresse. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Bleib, ey. Gewinnt den Kopfball. Sehr stark. Ja. Das ist mir zu gefährlich, jetzt hier. Foul. Nix. Ja, war ein Presschlag auch, okay. Stark. Stark, Eras. Everton. Jetzt gibt's Freistoß, jetzt gibt's Freistoß. Und die gelbe Karte hinterher. 33. Mühle für Caramba. Ay, Caramba. So. Acosta. Acosta. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Lucas, nö. Nein. Da muss ich besser. Das muss besser werden. Das muss besser einfach sein, der Schuss. Der muss sitzen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was macht denn der? Wieso köpft der da hin? Ich versteh's nicht. Teilweise echt. Ja, der richtige Bass. Die versuchen's aber auch nur lang, ne? Oben, jetzt ist Platz da. Für James Fodden, äh, Phil Fodden. Fodden! Fodden! Und dann sowas. Und dann der Schuss. Ja, und dann wundern's dich, wenn man drin steht unten. Zum Glück sind die auch so schlecht. So, er, das. Jetzt ist er durch. Ja! 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 Tor! Tor! Tor, Omeche! Nurberg führt. Fünferfünzigste. Ganz wichtig. Mikhail Ischak. Mikhail Ischak. Mit dem 1 zu 0. Ja! Wichtig! Tor für Nürnberg. Yes! Kurz vor der Halbzeit. Das 1 zu 0 für den Ruhmreichen. Dann ist Halbzeit. Yes! Natürlich ein gutes Gefühl mit 1 zu 0 in Führung zu gehen. Mit 1 zu 0 in die Halbzeit zu gehen. Noch sind aber 45 Minuten zu spielen. Und da geht einiges noch. Da kann einiges noch schief gehen, Freunde der Sonne. Ich spreche aus dem Fahrerum. Bortragere. Und Böckers. 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 Der left heute auch wieder. Böckers. Ja, und dann fälschst du das so ab und dann geht das Spiel wieder in eine ganz andere Richtung hier wieder. Vorsicht, Vorsicht! Boah, leck mich doch fett! Zusammenreißen, Franconia, zusammenreißen! Sehr schön. Ja, ja! 2-0! Was ist das? 1-Hand! 15.56! Der Klub flippt mit 2-0! Yes! Ja! 1-Hand mit dem 2-0! Und wie geil! Und wie geil! Ein Traumtörler! 1-Hand, Alter! Da passt alles, Freunde! Da passt alles! Yes! 2-0! 1-Hand! 7.3! Das ist natürlich wichtig! Das ist natürlich wichtig! Jetzt halt bloß kein Schlendi an den Reibringer lassen! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Obacht! 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 Stark! Nein! Nein! Wieder dieser lange Ball auf Caraba! Schöner Seitenwechsel! Der kriegt ihn sogar! Geil! Ja, jetzt rollt die... Ah! Den hab ich jetzt nicht gesehen! Wieder diese... ...ultralange Ball! Und wieder... Ah! Wird geklärt! Zum Eckball! Zum Eckball! Vorsicht! Belkas! Stritt! Die Kugel rein! Pfosten! Unten! Ja! Kein Abseits! Wang He-chan! Ah, was machst du? Genau zum Gegner willst du mich verarschen? Oben! Ja! Jetzt rollt die Kugel! Die Kugel! Wang He-chan! Ja! Nein! Jetzt muss natürlich... Sehr schön! Nein! Dumm! Frank Konya! Dumm! Was machst du? Semmer! Oder Semmer ist nett! Etzele! Schön! Ja! Schade! Ah! Obacht! Stark! Ah! Naja, die Zeit läuft aber runter! Die Zeit läuft! Den Hannoveranern runter! Davon! Stark! Ah! Garcia Diaz! Immer wieder diese hohen Bälle! Wo keiner bisher angekommen ist! Oben! Jetzt ist er durch! Wang He-chan! Wang He-chan! So, Ishak raus! Freunde, Ishak raus! Saugen, Männer! Oei, oei, oei! Sehr schön, Behrens! Sehr schön! Cedric Teuchert! Der ist schnell! Ja! Ah! So, 87. Minute, Belkas nimmt sich noch einmal ein Herz! Kommt noch einmal nach vorne! Die Klubberer, die pfeifen! Flanke! Der ist drüber! Aus! Aus! Oh, He-chan ist verletzt! Dann hauen wir die noch gleich schnell raus! Ah, Schuss! Neunzigste! Ja! Schuss! Oh! So, letzte Auswechslung! Arpfe Fogel! Zwei Minuten Nachspielzeit! Und die ist jetzt rum! Etzele! So, dann ist es aus! Neunzigste! Gewinnt das Amtischstrauma! Neunzigste! Lebt noch! Zwei zu Null für den Klub! Yes! Der Klub lebt noch! Der Klub lebt tatsächlich noch! Ja, ganz wichtig! Hoang He-chan trifft Arpfe! Und da freue ich mich, Freunde! Da freue ich mich! So, Spieltag! Ich schaue jetzt mal an den Klub-Kircher-Winterklub! Da haben Klub-Kircher Mainz! Zweiter Spieltag! So, letzter Spieltag ist... Auswärts in Freiburg! Aber es ist machbar zum Schluss! In Freiburg! Naja, das war der aktuelle Stand! Beziehungsweise... Up-to-date seid ihr jetzt! Ja, beziehungsweise... Bis die Folge rauskommt, ist die halbe Saison schon wieder rum! In diesem Sinne, trotzdem danke fürs Anschauen! Bis zum nächsten Mal bei FIFA 18! Servus! Euer Franconia!